es ist ein schöner Tag Hallo Putzmann er weist du wo mein Bruder ist? meine Waffen abgedrehten hallo hallo ah hi oh hi, ich hab dich gerade gesucht ja ich auch, ey, ne ich hab nicht meine Waffen oder so abgegedreht ah krass alter ja ich bin halt gut wie lange bist du eigentlich schon? ja seit nem Tag seit ner Woche ne ich mein seit 3 Monaten ich bin hier seit nem Tag und damit willkommen zu einem neuen Video ja falls ihr euch fragt, warum ich in den letzten Stream äh, nen anderen Account genutzt hatte es war, weil wir online spielen wollten ja, jetzt ist er Level 16 deswegen hab ich die Story nicht ja guckt euch das an, Alter, hier Level 16 aber wir machen trotzdem da weiter, wie wir waren und das war bei Neuland und da lernt man was Tolles glaubt mir, das ist wirklich toll mhm das können wir eigentlich überspringen jeder Mann nicht es ist wirklich toll ah, so, dass wir uns überspringen, weil man das schon im nächsten Tag und das, und Leute, wiebald im Video werden wir nochmal sagen, was der nächste Hinweis ist Wer im Spiegel dabei war, weiß den Hinweis. Nee, nur wenn es hinweist. Hast du diesmal Roboterarme oder nicht? Ich gucke. Der erste Hinweis war, ja, der erste Hinweis war ein Krähe, also Rabe. Ja, wegen der Raben waren. Halt, dass die noch später sehr wichtig werden. Die sind ultra wichtig. Nee, die kommen halt später sehr oft vor. Ich habe die Storyline immer nie verstanden. Das hier würde ich auch gerne überspringen. Ja, danke. Danke. Ich habe es geschafft. Jetzt ist es irgendwie so mit dem Zug. Ja, das habt ihr aber schon. Wenn ihr den Stream gerade eben... Ich guck, ich habe ihn aufgenommen. Den habe ich... Ja, das war vor ungefähr so 10 Stunden knapp. Wir werden in diesem... Das wird ein Special-Video. Wir werden in diesem... 11.30 Uhr, 11.30 Uhr, 1954. Die Zürcher Sicherheitskräfte erhalten einen anonymen Hinweis zur Position eines... ...und das Unterschlupfs der Terroristen. Leider haben die CSK über die Feuerkraft unterschätzt. Diese Arschlöcher dabei haben. Sie wurden eiskalt erwischt und mussten viel einsteigen. Das Ergebnis? Der Zug explodiert. Kennst du die aus dem? Ich glaube schon. Er wird dir das coole Zeug erklären, das du benutzen kannst. Kommunikation, Bruder. Wir müssen uns abstimmen. Du, Taylor Eiler, du bist ein Arschlöcher. Er hat nichts gehört. Wenn ich mit dir reden will, ist das D&D immer ein sicheren Kanal. Ich muss nicht mal daran denken. Aber, nur dass du es weißt, wenn du Taylor mal wirklich einen Arschlöcher hast, wird er dir mehr einheizen als diese Woche. Du bist so gut. Ich sehe mir mal, ob du das schaffst, ohne als Schweizer Käse zufrieden. Dieser Arschlöcher. Okay Leute, das sind wir. Hacker-Modus aktiviert. Also, falls du nicht wisst, dass der Hacker-Modus... Das ist der Taktik-Modus, aber wir nennen Hacker-Modus, weil da siehst du Punkte, wo dich viele Leute erwischen können und so, weißt du? Ja, ähm... Äh... Oh, äh... Bist du vorgepusht? Ja. Auch als wenn du auch so zählst. Jetzt wäre er bei dir gestorben. Okay, das war ein kleiner Fail. Eingesterben bin ich, aber... Haben wir die falsche Schwierigkeit? Ah, nö, nö. Die Spiele war auf Rekru, weil... Ja, sonst brauchen wir ein bisschen länger, oder so. Ach, jüdi, du standst im Weg. Erboxt ihn. Headshot. Taktik-Modus, da haben sie es nochmal gesagt. Puh. Da sieht man, man kann den Atem fast genau abfangen. Lass mich doch rein. Heim. Falls ich nicht weiß, was das... Hier kann ich denn meine Fähigkeiten jetzt ändern. Ich... Ich... Ich kann jetzt so viele... Okay, setz verbesserte Mobilität ein. Ihr seid fast etwas ungewohnt. Oder wirst schon mal sicher. Probier selbst. Ich weiß sicher, dass ihr schafft. Er muss vor. Hä? Oh nein, es ist wieder dieser Bug. Es ist auch. Leute, es gibt einen Bug. Eigentlich müssten wir an der Wand laufen können. Das ist eigentlich auch ganz geil. Aber leider funktioniert es momentan nicht. Ah, Leute, du bist ja noch da. Hä? Was war das? Ja. Da sollte man nicht reingehen, weil... Da kann nicht so gut wie knapp jeder abschießen. Damit zieht sie sich durch die Wand. Arme rote Zone. Vor mir, da kann ich nicht viel weiter abschießen. Ich werde mir am abzureihen. Man kann ihn nicht mehr auf Kanaten zu werfen. Da haben die Spieler zu viel Möglichkeiten. Wenn einer von uns im Musik sieht, sie ist alle, alle. Oh, geil. Da unten ist ne Dings dabei. Äh, Munitions. Oh, Leute, jetzt kommen die gleich zum frühesten Teil. Oh, ja, der Teil ist geil. Aber ich hoffe mal, ich kann ihn benutzen. Wegen die konnte ich letztes Mal nicht benutzen, aber er müsste auf sein Bildschirm kommen. Oh, aber mir... Ich bin unnimmlich wegen. Ich bin verletzt. Ich bin oben. So geduldet bei jedem Spiel. Hab ihn. Ich habe... Jetzt kommt der coolste Teil. Du nimmst den Zerbruch? Ja, ja, hier mal. Ich nehme den Zerbruch. So gut wie allen Drohnen, Basiswerteilen. Zwei Füße. Komplexe Boden. Ich glaube, ich kann das nicht. Das Kampfkult ausrüstet. Hm? Das Kampfkult ausrüstet. Hm. Hm, hm. Schade. Ja, dann guck bei mir unten. Hier seht ihr es. Jetzt habe ich mich hier reingehängt. Kann ich auch irgendwie... So? Und was? Oh, ja. Ich gebe Jojo jetzt ein bisschen Deckung. Ich warte mal, ne? Willst du es öffnen, das Tor? Ja, nicht? Du öffnest das Tor. Weil die Menschen würden hier theoretisch noch stehen. Und dann laufen wir hier durch, weißt du? Stimmt. Oder? Ach, ich renne. Guck da. Ich komme nicht mit der Schaffstor allein. Nächstes Mal kann ich das auch. Was meinst du nächstes Mal? Äh, wir machen in dieser Folge noch mehrere Missionen. Stimmt. Also, nächstes... Nächstes... Dings. Okay. Ja. Äh, Leute, falls... Das ist jetzt einfach, weil die halt rumstanden. Aber, ihr müsst wissen... Man kann später auf Geschütze untersteuern. Ja. Und einen riesen Panzer, Leute. Alter, ihr seid... Wo bist du? Wo stehst du eigentlich? Eigentlich müsstest du ja hier stehen. Aber, ich glaube, nur er steht hier. Aber, dein eigentlicher Körper müsste theoretisch auch hier stehen. Ich lasse dich mal kämpfen, also... Guck bei ihnen unten auf dem Bild. Mhm. Hö, macht gerade eh nichts spannendes. Wo ist das Teil da zur Stimme, glaube ich, eigentlich neben dir? Die Drohne ist da. Die Drohne ist ein bisschen schneller. Also, das stimmt wirklich. Aber Cerberus ist halt besser. Ja, hier bist du wieder? Nee, den nächsten Cerberus, oder willst du die Drohne schnell nehmen? Diesmal krieg ich mir eine Drohne. Ja, okay, jetzt nähe ich dir mal, wie die Drohne sich ist. Gehen hochfliegen. Du weißt auch nicht, wie hochfliegen geht. Ah, jetzt weiß ich. Also, Leute, ich... bin noch nie so eine Drohne geflogen. Töte, ihr müsst erstmal alle töten. Töte alle, wie du siehst. Du musst alles töten, wie du siehst. Ja, ähm... Finde einen. Kannst du damit auch den Dings der Modus machen? Nein. So, jetzt geht der FD da richtig weiter. Ah, schade. Schnapp dir Munition, wenn du eine Munitionskiste siehst. Dieses Rutschen wird uns theoretisch noch beige... Ey, Geschütze! Ich schieße ein paar Leute von mir hinten ab. Nicht die Geschütze wegballern! Ja, das machen wir. Schieß die Fässer ab, ne? Das Geschütze ist gleich kaputt. So zerstöre ich die unsicherledigen Feinde. Da hinten ist ein Geschütz? Ja, ich muss meine Fähigkeit aufsagen. Wow, keine Ahnung. Ich scherf zurück. Ich scherf zurück. Ich bin vorgepustet. Hallo. Hallo. Daten. Jetzt? Ja. Oh. Oh no. Flashfake. Ich war in Äthiopien. Die KRs. Das alles passierte wieder. Was geschieht mit mir? Mist. Du weißt, dass deine Sinnerinnerung auslösen kann? Da tauchen Geräusche, Bilder. Worte aus Widerrufe. Bringst an Dinge an die du ewig nicht gedacht hast. Das DNI kann alles viel intensiver machen. Kleine Fehler an deiner Optik. Ein Flüstern in deinem Ohr. Was passiert? Der Doktor kann dir helfen. Wir müssen nur deine Medikamente nehmen. Keine Sorgen. Alles wird gut. Und was jetzt? Im Moment verbindest du dich gerade mit dieser Konsolen. Sobald du dich einträgst, kannst du die Daten extrahieren und bearbeiten. Ich stehe ganz auf deiner Decke drauf. Oh, da darf ich doch wohl. Kommt! Du gehst die neulee Barsch. Der fängt den Zug an zu. Der fängt den Zug an zu. das ist krank sechs stunden und wir einfach fünf Minuten jetzt werden wir ein fiel das ist neu zählt hier hier haben wir hobs genommen, den typen müssen wir jetzt einfangen da kommt gleich mal zu Butter da kommt gleich mal zu Butter sie hilft dir beim nächsten tu genau was sie sagt, ich hab sie selbst ausgedacht sie ist eine Spionageexperte und Zeitz hat das noch was bedeuten vor dem DNA musste man Bücher lesen an der Akademie ist leider nicht viel davon lesen manches wissen muss man sich verdienen das schätzt das braucht Zeit und Zeitz hat da eben nicht immer jetzt dann weiter sie kann einfach schnipsen sie kann einfach schnipsen ach einfach durchstürmen wir müssen eigentlich einfach nur durchstürmen ich stimme durch Ergebnis der Zug explodiert du bist slow für einen Neuling, das gebe ich zu verwende die Werbetafeln um die Magnetbahn zu überwinden der Mistkerl bewegt sich noch er will ins alte Zürich los sooß alter scheiß so viele Listen wo gehst du hin? wo gehst du hin? warum folgst du mir? weil ich dachte du läufst richtig weil ich dachte du läufst richtig echt? meine herrennt nicht bumm habt ihr unerledigt ich mach dir den Weg frei, ne? ich kann immer noch nicht an der Watt laufen ich kann immer noch nicht an der Watt laufen das ist dein Stoffel ich schalte ihn auf huaah bam ich hab ihn das lief nicht so gut, was? ich schätze unser Verwächtiger wird ihn etwa 15 Sekunden für immer das zeitliche segnen das darf nicht geschehen bevor wir die Informationen haben, die wir brauchen ich glaube nicht, dass er in der Lage ist brechen das muss er nicht er hat ein DNA unter Schichten aus Sicherheitsprotokollen zeichnet das die früheren Erfahrungen des Subjekts auf unter extremen Umstellstellungen kann man diese Informationen mit Gewalt extrahieren hier du kannst tief einbrennen in deine Umstände und seine Gedanken sogar sein du könntest alles über die Pläne der Terroristen erfahren es ist doch sicher irgendwo ein Fach du solltest wissen dass diese Prozedur nicht nur traumatisch für das Objekt ist der damit verbundene unterbewusste Eingriff wird den Hirntod zurücklassen zu glaub mir das ist kein schöner Abgang er ist sowieso schon tot außerdem ist er ein Terrorist vor ein paar Minuten wusstest du nichts was weißt du jetzt? ich weiß wo sie sind sie benutzen die alten Zugtunnel für ihren Angriff hm was du durch dein DnD erfahren hast hat die ZSK wochen gekostet was hab ich so lasst das? Zug explodiert Zug explodiert schlauer Mensch und wie soll ihn fortführen sch... keine Ahnung das ist immer so ein komischer Bug Ergebnis ist sogar explodiert guck mal da vorne ist ein Mensch das ist ein Roboter ein Mensch die sind auch Menschen wo bleibt die Verstärkung die ZSK haben die Terroristen zu dieser Position verfolgt hätten sie besser nicht getan immer noch da was Ergebnis explodiert der Witzpunkt ist Peter Maretti er wird dir klar machen was dir jetzt für ein knallharter Scheiße ist zu dumm dass uns das letzte Puzzleteil noch fehlt wie sie den Sprengstoff in den Zug geschafft haben damit du's weißt wenn das vorbei ist entschuldigt du was an die Arbeit wie du weißt würdest du den Vorteil der Black Ops die neuesten und mentellen Waffen zu erinnern auch die die das 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 die guck doch das bist du das ich habe die Fähigkeit immer noch nicht Ergebnis Zuge explodiert 2 3 2 Töntest du alle damit? Nein! Mein Roboter tötet sie jetzt! Ich kann einfach Roboter zu meinen Roboter machen! Und die helfen uns denn! Von den Gegnern, die haben eine Granat auf mich geworfen und ich habe sie zurückgeworfen Uhhh na 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 Boah wer ist nicht tot? Ich kann das Ich kann das That's easy Ha! Also keine rote Zone mehr Ja Ich bin krass Granate Wenn wir schnell eine Granate hinwerfen und dann Granate regelt Ich bin krass In der roten Zone Nein Ich bin tot Ich helf dir Du warst in der roten Zone Das war knapp Das war knapp Ja ich kümmere mich um den Roboter Juju Ach um die hatte ich mal die Schuhe gekümmert Ehrlich gesagt Ich hab die gerade eben doch noch schon tot geschossen Lian ich hab die getötet Ich hab die tot geschossen Sie setzen Rauchgranaten ein Uhhh Äh Da rauf Hallo das geht noch So macht man das Klar so Hi Leute Surprise motherfucker Surprise motherfucker Feindlicher Bob Kommt durch die Wände War es durch die Wände? Ich hab ne Granate hingeworfen Ich hab grad ein paar Roboter gemacht, dass die uns helfen Ey die sind alles in Tod, weil meine Granate sie getötet hat Eine sind noch ein paar Hä wo denn? Ja Roboter Ja Lian die werden grün angezeigt, die sind alle tot Lian die Roboter von uns werden grün angezeigt, die sind alle tot Ja da 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 Jetzt hast du wieder einen neuen Zwei neue Nein Einer ist tot Warum haben wir doch immer noch diesen verbesserten Sichtmod Los Roboter Komm mit Folgt der mir? Ich glaub ja Wer denn bleibt da jetzt stehen Wer denn bleibt da jetzt stehen? Hol den neuen Ja Den hol ich mir Los geht's Ich hab zwei Entschuldigung Nein meiner hat den Kopf verloren Nein meiner ist tot Oh Gott Oh mein Gott sind die viele Oh das ist schön Warte die werden werde ich mir holen Tschüssi Tschüssi Dann mach ich das Los geht's Das ist voll cool Granate, 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 oh Gott Wir müssen einen Bot beschützen Das ist der coolste Zwei neue Die sind oben die rasieren bisschen Ich habe einen durch die Granate Warte 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 ich Warte 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 ich Habt du mir zwei geholt Oh das ist deiner geworden Ja wo ich ihn geschlagen habe Hm ist okay Ja Munition immer wieder aufstocken. Mann, bin ich cool. Die Leute brauchen nie wieder Munition. Zerboros. Oh, ich habe eine Fähigkeit bekommen. Zerboros? Oh, falsch. Ja, dann Zerboros. Gönn ihn dir mal. Ich versuch's. Den Zerboros. Hab mir zwei geholt. Die helfen uns. Los! Geil, alter Zerboros. Und dann übernehme ich noch ein Button. Ich puh schon ein bisschen vor. Da ist ein Zerboros. Gegen Zerboros kann ich leider nichts machen. Einer von meines Tod. Hada. Weil du eure Waren kann, kann ich nicht sein. Ein Zerboros von mir lebt noch. Diese Musik, ne? Diese epische Musik, Alter. Das ist voll epische Musik. Das ist voll süß, mein Zerboros. Da war gerade eben voll epische Musik, Alter. Dir sag Bescheid, wenn du Zerboros siehst. Nein! Dann übernehme ich den jetzt. Danke. Ich hab's sehr bewusst. Seien alle tot? Ja, 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 ja. So, ja, 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 ja. Ich hecke. Ihr steht jetzt auf beiden Seiten, auf beiden Sachen das gleiche. Mhm. Ich finde aber oben hat es eine bessere Grafik. Weißt du, was ironisch ist? Eigentlich ist der Angriff der Terroristen die Entwicklung der VR-neuralen Netzwerkinitiative beschleunigt. Ohne die Angst vor Angriffen wie diesem hätten wir wahrscheinlich nicht mal das Cybersoldatenprogramm. Augenblick. Es ist 7.25. Du hast etwa 5 Minuten. Du warst schon mal hier neulich. Mal sehen, ob du die Geschichte ändern kannst. Alle Roboter sollten als feindlich gesehen sehen. Glaub mir. Zug explodiert nicht. Ne? Ne. Oh, der hast du gehackt? Ja. Schade, der ist tot. Der explodiert bei dir jetzt. Gehackt. Oder auch nicht. Hack ihn? Ist grad nicht fällig. Warte, warte, warte. Ach ne, okay. Die explodieren dann nicht mehr. Dann hatte ich wohl das falsche. Ja. Die kommt von oben. Ich dachte, der kriegt den, wenn der schon oben ist. Oh. Ja. Er lebt noch. Ah. Hallo. Verbindungen wird hergestellt. Los geht's. Oh, der nimmt den einfach hinten. klaut den typen nicht alle hier rein das kann ab explodieren wo alle weg außer nein außer meiner nein er ist gestorben jetzt kommt wenn wir heute noch eine weite hochkommend sagt es ist meiner auch Das hört mir kalt Habt zwei Händen Die leben da auch Die hekt Ich hekt die Tür Das müssen wir jetzt angucken Wenn du das Hecker wegschaffst oder den Waggon losmach, wird es hochgehen Das ist zu viel Selbst mit dem Computer im Kopf, die Zeit reicht nicht Es ist eigentlich ganz einzig Moment, bitte Wenn ich für diesen Waggon die Polarität umkehre Telle Putz Nein Wir haben uns richtig entschieden Wir haben uns richtig entschieden Das ist voll klar Willkommen zurück Du wirst für die OP vorbereitet Alles wird gut Endbrakes wurde bei der Mission nicht mal verletzt Der hat sich also nicht gemerkt Der hat sich also nicht gemerkt Der hat sich also nicht gemerkt Wir suchen weiter nach diplomatischen Verhandlungsmöglichkeiten Das WA leugnet Rücken in die Region geschicklicher ab Und beharrt auf der Suche nach einer diplomatischen Lösung dieser Platzsituation Wir stimmen uns mit unseren Verbündeten ab Um an allen erforderlichen Stellen taktische Hilfe stellen zu lassen Wie lange machen wir das jetzt Hendrix? Fünf Jahre Grob geschätzt Könnte hinkommen Denkst du je an das nächste Ziel? Nope Du kennst mich Ich lass mich da los treiben Oh Leute ich bekomme nur eine Sache Ja weil du das meiste schon hast Gehen wir mal wieder von ran Also Leute Wollen wir jetzt einfach schnell rennen und neu Nein Wir produzieren einfach vor Oder wollen wir hier einfach so schnell weiter machen Nein wir produzieren vor Nein Vorproduzieren Dann machen wir hier weiter Warte Schnellfeuer machen Und Lass uns an Das tun sie doch immer Hendrix Das müsstest du eigentlich wissen Ich glaube du entwickelst dich nur zu einem grandigen alten Mann Lian Lian Loll Kann sein dass ich deswegen noch nicht an der Wand laufen kann Kann sein dass ich deswegen noch nicht an der Wand laufen kann Ähm Dann nehme ich mal das andere Cyberfig Hier bin ich jetzt als Kindes drauf gewesen Das kann ich bestimmt auch die Fähigkeiten Oh ne wir machen nächstes Mal weiter oder? Ja Okay Leute Dann Wir machen nächstes Mal weiter oder? Und Dann kommt als nächstes die Mission Äh Und 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 der Cool Ja Und Ist du fertig? Noch nicht Dann stehen wir auch mal eine neue Klasse Sniper benutzen Sniper benutzen wir so oder so nicht Ist so Ich mach glaub ich mir eine MP Klasse Ich mach glaub ich mir eine Ich kann nämlich die Kuh da Im Griff Im Griff Und Im Griff Und Ist das Hm Oh, ich hab dich auf his mix. Oh, ich hab dich auf mich. Okay, das können die noch mitsehen. Warum macht das Video nicht? Okay, die macht nur noch eine Runde sowas, ich bin jetzt. Also, wenn du nicht wüsst, was das ist, das ist so ein Trainingssimulator. Oh, ich hab den Revolver. Ich hab' ein Bostüm. Und starten. Ich hab' einfach AIMBOT. Ich hab' einfach zur Hälfte der AIMBOT. Es gibt in vielen Spielen AIMBOT. Ja, ich kann an der Wand laufen. Und ich glaub', das liegt daran, ne? Ich glaub' wirklich, es liegt daran. Hier ist hier der Raketenwerfer. Soll ich denn mitnehmen? Alien-Virus mal noch mal den Raketenwerfer. Feilt das nach oben, glaub ich. Oh nee, zur Seite. Reingefressen. Wie ein Hacker muss man direktiv? Ja. Wichtig. ich werde nicht besonders weit kommen ich wette ich sehe dich da drüben ich gucke dir kurz zu ich sehe nichts ich kann dir leider nicht zugucken er hat wohl helfen mir gerade ich weiß nicht ach so ach stimmt die Raketen ja nicht nicht die Drogen übernommen Elian Volkens noch gar nicht gegen Bord er hat schon hier sind die Teil der Welt und alle wieder das dauern Ich habe ihn mal die Zollerstocken. Ich habe ihn nicht gesehen. Oh Bist du schon da, wo die mehreren kommen? Die mehreren fetten Bobs? Ach, du bist schon da. Let's go, Droneys! Ach, das war schon fertig? Das war easy. Ich staucke hier nochmal schon Munizieren auf, um es nicht drüben. Du meinst, ich hab zwei Roboter, die mir helfen. Hast du ihn übernommen? Ja! Gegen diesen Fettsack-Roboter? Kannst du den Fettsack-Roboter übernehmen? Ja, kann ich. Das dauert nur. Aber ich möchte den Steuern. Ich bin auch mit so einem Fettsack. Ist er auf dem Zerberus mit bei? Ja. Oh, Mann! Ist eigentlich voll easy, das Ding. Alter! Ich bin so low. Nee, musst du gehen. Der ist eigentlich voll easy, ne? Die Fresse. Nein! Ich sag ihm nur die Wahrheit. Mit deinen Teilen da, Alter. Ja! Hab ihn! Das stimmt, easy clip war er. Ja! Aber, Lian, ich hab ohne diesen Teilen. Lian, ich hab mit Raketenwerfer. Ach, den hab ich auch noch. Was kommt jetzt? Nichts. Soll ich das Zerberus? Ich dachte, ich hab zwei Roboter. Oh, Gott, Zerberus. Oh, nein! Alter, wie krass wird das denn noch? Vor allem, du kannst übernehmen. Ich nicht. Also, du hast viel krasseren Shit als ich. Oh, Gott! Oh, hier ist noch einer. 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 Was bist du denn? Sieht bei dir so easy aus. Ich hab ne dumme Idee, die klappen könnte. Dafür brauche ich einfach meine Fähigkeit. Oh, mein Gott! Oh, Mama. Oh, Mama. So, Aljö, was ich tue? Äh, Lian. Ich bin genauso weit wie du. Ich bin tot. Mama Mia! Hast du ihn übernommen? Ja! Leute, guck mal, was wir können. Guck mal, was wir einfach können. Wir können einfach hier drüber zugucken. Oh, es funktioniert irgendwie gerade nicht. Jetzt aber, jetzt aber. Und jetzt zu. Lian, ich kann doch hier drüber zugucken. Ja, ja, guck mal darüber zu. Ach, da hinten! Darüber geht auch, aber darüber ist viel cooler. Oh. Ich würde lieber auf seinem Bildschirm gucken, einfach. Let's do this. Die muss einfach nur abschießen. Ist es nicht wie bei Junkrat? Bei Junkrat? Ja, bei Junkrat. Ich würde die explodieren. Schieß ab! Ist jetzt meiner! Habe den halt einfach. Go, Rep! Das hat halt wohl gebracht. Mama? Oh, was geht's? Hacke ihn. Komm her! Du bist jetzt mein! Boah, der klett den. Ja, haha! So, habe ich meine Roboter eingestellt. Alter, wie weit du kommst, ne? Ja, ich bin halt gut. Ja, mit diesen Hacken geht's auch besser. Guck, da unten ist mein cooler Roboter. Die sind krass. Das ist dieser Fettagbrot, ne? Mhm. Aber! Du musst erst mal hacken, Alter. Das ist gar nicht. Tada! Du stirbst gleich. Nee, nee. Nee, gar nicht. Ich bin gerade eben auch in einer von zwei Sekunden gestorben, einfach. Ah! Deine Vergnung habe ich noch nicht. Äh, schieß mit der anderen Waffe auf. Mit der Raketenwaffe? Äh, nee, nee. Der wäre ja... Ach, du hast ja andere... Der war ja gar nicht, ne? Mhm. Der Waffe nicht krass. Aber das... Aber das... Die war für so viel. Auf meine Drohne abgeschießen. Auf was neben dir? Hack den einen doch einfach. Geht nicht. Man kann die nicht hängen. Du hast zu mir gesagt, was geht. Nein, hä? Ja, ich hab gefragt, kann man diese... Fertzackroboter auch hacken. Ach, die? Das sind ja keine Roboter. Das sind ja Menschen in Anzüge gepackt. Ja, Lian, du kannst grad nichts tun, ne? Ja, Lian, du kannst grad nichts tun, ne? Dann hat er nur mit dieser einen Waffe zurückballern. Und ich glaub, das macht wenig Damage. Stopp mal deine Mönchung noch. Hab ich vor. Ich hab jetzt Granaten auf sie. Ich glaub, das werden die auch haupt. Wenn du einen besiegt hast, ist schon mal leichter. Ich teste mal. Ich hab genug Granaten. Ja, das werden sie ab. Ach, Rudi, die sind so unfair. Ich sag auf die nächste Seite. Kann ich Zeitrunnen? Doch, kann ich, aber mach ich nicht. Ich hab Wallrun. Ich bin so auf auf die. Schieß. Ja, ich halte das. Eine Sniper wär da gut. Als Zweitwaffe. Fliegen, jetzt macht die so fliegen. Ach, schau, das kann der Hase nicht verkackt. Das kann aber unendlich lang so weitergehen. Ja, irgendwann muss einer draufgehen. Ja, jetzt wird nur noch der eine. Und auf den kann ich mich denn am meisten konzentrieren. Ja, auf den schießt jetzt 24-7. Boah, und den hast du sowas in Low geschossen. Ja, aber was passiert jetzt? Ich bin sogar direkt beim Toten. Nee, ach, der ist nicht. Du hast dreimal die Position gewechselt. Wegen da hast du ja angefangen. Nee, du hast dreimal die Position gewechselt. Nee, mehrmal. Vier. Doch, viermal. Ich bin einmal rundherum. Das wird zu viel, das wird zu viel, das wird zu viel. Hast du ihn? Scheiße, ich hab irgendwas. Da hätten sie zwei Roboter geheckt. Auf der anderen Seite. Ah ja, ich sehe es. Versuch diesen Fettsack noch zu steuern. Nee, das bringt nichts. Ich fick ihn dir so schnell weg. Kannst du vielleicht noch was anderes? Ich übernehme den einfach. Ich mache einfach es zu. Hat es abgebrochen. Wenn angeht, dass es wird, hat es abgebrochen. Aber ich behalte das. Zack. Das ist deiner. Ja, jetzt ist es meiner. Ach nee, ich darf nicht die Fähigkeit wechseln. Guck. Der zerstört sich jetzt selber. Ich behalte ihn. Schade. Wenn gleich noch einer kommt, übernimmst du den auch noch. Oh. Schlag, schieß rauf. Wie krass. Mach dich, schaff der Schild. Die haben Schild, älter. Ich hab Vertrauen in meine Roboter. Aber Leidenschaft sind nicht alle. Guck, der ist knapp kaputt. Dein Bot. Oh nee, schon wieder so ein Minigantyp. Das schafft dein Roboter. Ähnlich. Ganz ehrlich, dir ist easy. Hey, der muss... Nein, er hat Verbindung verloren. Ich wurde rausgekippt. Okay, das muss schnell gehen. Ey. 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 Schade. Da hab ich so weit gekommen. Guck wie schnell man stirbt. Da waren so viele mittlerweile. Ja, du hast es weiter geschafft, als wir früher noch, ne? Ja. Ja, das war's denn, ne? Ja, das war's mit diesem coolen Video. Ja. Bisschen laut. Ey. Bisschen laut. Ja. Ja.